Hallo ihr Lieben, wir machen heute Raisin oder wie auch immer es sich vielleicht richtig ausspricht. Ich habe es bei der Firma Raya oder von der Firma Raya ist das Raisin. Es gibt ja noch ähnliche Varianten wie Jasmonite oder Hydroflor oder Aquacast. Aquacast werde ich auch noch mal ausprobieren. Hydroflor habe ich auch noch ein Stück zuhause ein bisschen und werde es dann noch mal ausprobieren. Wäre ich wahrscheinlich aber erst machen, wenn ich alle drei zuhause habe, nämlich dass ich dann einfach mal alle drei Materialien vergleichen kann und dann einfach noch mal schaue. Ja ansonsten Raisin ist halt so eine Art, ja ich weiß gar nicht, ob man es Keramik nennen kann. Ich glaube fast nicht, aber es hat einen sehr angenehmen Charakter, finde ich. Man lässt sich sehr, sehr schön verarbeiten. Es wären 3,5 Anteile von dem Pulver und ein Anteil vom Wasser. Das ist tatsächlich auch ein Vorteil vom Raisin gegenüber dem Hydroflor. Bei Raisin wird es eben mit Wasser gemacht. Das heißt, man hat dieses Pulver und dann kommt einfach Wasser, was man ja zuhause hat, eben einfach dazu. Bei Hydroflor besteht es schon aus zwei Komponenten, die man zugeschickt bekommt und dadurch fand ich es jetzt bisher immer nicht ganz so vorteilhaft jetzt für mich persönlich. Aber ist wie gesagt immer Geschmackssache. Also ich fand jetzt grundsätzlich erstmal beide in Ordnung. Und genau und ich habe es für mich jetzt einfach als beste Variante letztendlich für mich erstmal entschieden, dass ich immer ein Stück Pulver, ein bisschen Wasser zusammen mische, damit nicht gleich zu Anfang irgendwie die Klümpchen sind, sondern man die wirklich gut rühren kann und alles so nach und nach dann erst vermengt wird. Ist auch jedermanns Sache, wie er es gerne macht. Für mich war das jetzt bisher die beste Variante. Ich habe Tatsache, das kann ich schon vorwegnehmen, auch so ein bisschen, so ein bisschen Fail gemacht, wie man so schön sagt. Also Tatsache, wo ich einfach Moks gemacht habe, würde ich jetzt so betiteln. Und aber dazu komme ich dann gleich, wenn ihr, ihr werdet es glaube ich auch sehen. Und ihr müsst beachten, das wird relativ schnell so ein Stück weit fest oder klumpig. Versucht da so ein bisschen zu schauen, dass ihr da relativ gut und schnell arbeitet. Ich glaube, das war so ein Stück weit auch mein Fehler, dass ich irgendwann unruhig geworden bin, weil ich unbedingt mehr, also ich wollte eben mehr Teile machen und habe es dann aber zeitlich ein Stück weit glaube ich einfach unterschätzt. Und aber wir lernen ja dazu. Nächstes Mal weiß ich es. Und habe eben zum Beispiel, ich musste auch zweimal anrühren, weil mir irgendwie, ich habe es auch da von der Menge mal wieder unterschätzt. Auch das, wer glaube ich viele Videos von mir sieht, der weiß, die Menge ist nicht meine Stärke. Ich bin ein Mädchen. Räumliches Sehen ist nicht meins. Ja, Scherz. Und genau, ich habe jetzt hier so eine, so eine Glaskracks. Die habe ich bei dem großen A bestellt und habe die in die Rillen reingemacht von diesen kleinen Schädchen. Und ich fand die echt schön. Also, wer so ein bisschen auf so eine Art Glitzer steht, aber nicht so ein typisches Glitzer gerne haben möchte, der ist, glaube ich, da ganz gut bedient. Ihr werdet es ja bei dem Ergebnis sehen. Ich mag es sehr. Und es ist, wie gesagt, aber auch Geschmackssache. Ich habe es in mehreren Farben. Und hatte auch schon mal so eine schöne Goldflocken, die ich auch nicht schlecht fand. Also, das, aber da gibt es die halt nicht so richtig in verschiedenen Flocken. Und dadurch, ja. Ja, und dann habe ich das normale Resimenpulver genommen, was ich halt sonst auch für Epoxidharz nutze. Und also da komplett entspannt. Ich werde es nochmal machen, weil ich muss mal sagen, ich hatte an dem Tag, wo ich es gemacht habe, nicht ganz so die Nerven. Und das ist mir, wie gesagt, ja eben auch auf die Füße gefallen. Ich wollte es die ganze Zeit immer schon mal ausprobieren, ob es mit der Acrylfarbe auch funktioniert. Und das mache ich demnächst. Versprochen. Ihr werdet sehen, ob es auch mit Acrylfarbe geht, wenn man das reinmischt. Das kann sein, dass es vielleicht nicht funktioniert. Aber wir werden es sehen. Ja, und dann habe ich das Ganze eben zusammengemischt. Mit Weiß und mit dem Orange. Ich finde die Farbe tatsächlich sehr, sehr schön geworden. Wobei das Orange kommt jetzt nicht ganz so rüber als Orange. Das hat eher was von einem Aprikot. Aber es ist, glaube ich, die gleiche Farb bei mir. Also dementsprechend war das dann auch okay. Und habe es dann so ein bisschen ineinander, würde ich mich schminken, würde ich sagen, ich habe es verblendet. Ich habe versucht, so ein bisschen einen Verlauf reinzubekommen. Wichtig ist tatsächlich auch immer so ein bisschen, wobei da jetzt gar nicht so viel passiert ist, weil ich glaube, die Luftblasen gar nicht so viel jetzt waren, sonst immer so ein bisschen am Rand, so ein bisschen klopfen, damit es funktioniert. Und dann einfach so ein bisschen schauen, dass die Luftbläschen nach oben kommen. Beim Epoxidharz macht man es ja zum Beispiel mit einem Feuerzeug zum Beispiel oder mit so einem Bunsenbrenner, mit einem Heißluftfön. Da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten, je nachdem, was jeder für sich als gut befunden hat. Und ja, hier seht ihr schon, ich musste schnell gießen und das hat nicht gereicht für die zweite Form. Also habe ich Attacke gemacht und habe es nochmal gemacht. Also habe schnell noch angerührt und das war dann auch okay. Das ist jetzt noch die zweite Schale, sage ich jetzt mal, die gut geworden ist. Und aber, ja, danach kam das Desaster. Während ich jetzt hier nochmal rühre, ich freue mich sehr, dass ganz viele von euch schon da sind. Wir sind fast 500. Ich weiß nicht, ich hatte auf Instagram, es war ja so ein bisschen in, ein Moodboard zu machen. Nee, Quatsch nicht, ein Moodboard, ein Visionboard. Und für das Jahr 2023, mein Ziel war eben, dass ich Tatsache sehr, sehr gerne 500 Abonnenten haben möchte. Und wir sind jetzt im Februar und wir sind fast nah dran. Also so unglaublich schön. Ich freue mich. Natürlich werden immer welche gehen oder auch wieder welche kommen. Und dadurch ist es immer so ein bisschen hoch und runter. Aber ich freue mich gerade mega immer, wenn irgendwie einer dazukommt. Ich mache ja auch unheimlich viel, zum Beispiel die Kurzvideos, die Shortvideos, die es ja jetzt bei YouTube jetzt gibt. Oder schon ein bisschen länger. Und dadurch, da kommen halt auch ein paar, die zum Beispiel auch die Musik gerne hören. Ich lade ja immer sonntags um zwölf das Bastelvideo los, hoch. Mit reden ist heute auch nicht mehr so viel. Und habe dann eben, dass ich zum 16 Uhr ungefähr, kommt dann immer das Musikvideo. Und je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Freitag oder Samstag weg war, dann fällt das leider um 16 Uhr meistens weg. Aufgrund dessen, weil dann noch ein anderes kommt, nehme ich das komplette Konzert vom dem Tag, wo ich dann weg gewesen bin. Und weil ich finde irgendwie, man kann es auch zu viel machen. Und dementsprechend habe ich mich jetzt eigentlich immer dazu entschieden, das Ganze so ein bisschen zu reduzieren, wenn es dann zum Beispiel nochmal ein großes Video gibt. Also dementsprechend. Aber die kleinen Videos sind immer ein Lied von einer Band. Und behalte ich auch bei, ich mag es, ich mag die Lieder immer sehr. Ich liebe es einfach. Die Musik gehört zu meinem Leben dazu. Ja, hier habe ich tatsache, mache ich die Cracks über das Ganze. Ich kann es vorher wegnehmen, es ist tatsache ein Desaster geworden. Und das aber nicht wegen den Cracks, sondern tatsache wegen meiner Dusseligkeit beim Anmischen des Resins. Ich war so ein bisschen unruhig. Ich habe zu viel Wasser dann reingemacht. Und dieses zu viele Wasser hat dann so ein bisschen ausgemacht, dass das brüselig wurde. Die Ergebnisse wären, glaube ich, mega geworden. Ihr werdet es auch sehen. Ich werde es nicht rausschneiden. Ihr werdet es natürlich sehen. Wenn ich es jetzt schon ansprechen möchte, ich es euch natürlich auch zeigen. Und so, dass wir alle daraus lernen, dass die Mengenangaben tatsache wichtig sind. Man kann bestimmte Sachen vielleicht so minimal dehnen. Aber das, was ich dann tatsache gemacht habe, war einfach too much. Und ich war einfach zu unruhig. Mein Kopf hat, glaube ich, nicht mehr gearbeitet und hat gesagt, ach, mach einfach. Und ja, leider. Schade. Ich werde es nochmal probieren, weil ich wirklich beim Auspacken der Ergebnisse wirklich dachte, ach, das wäre jetzt wirklich, wirklich schön geworden. Und, aber ja, leider. Schade. Übrigens, falls ihr irgendwie Wünsche habt, zum Beispiel, was ich gerne mal ausprobieren soll oder was ich euch gerne nochmal genauer zeigen soll, wenn ich das Ganze ausprobiert habe, dann schreibt mir gerne in die Kommentare und gebt mir da so einen Hinweis. Ich gucke dann, dass ich es mache. Ich werde demnächst, glaube ich, nochmal Kerzen gießen, weil ich, glaube ich, so ein bisschen ich war ja immer nicht hundertprozentig zufrieden mit meinen Kerzen und werde jetzt einfach nochmal probieren. Vielleicht habe ich einfach ein paar Sachen auch falsch gemacht. Ich habe jetzt auch mal so ein bisschen geschaut, wo muss man vielleicht noch drauf achten. Ich habe die Temperatur meistens nicht so richtig im Blick gehabt. Und also da werde ich tatsache dann demnächst nochmal rangehen. Und eben auch unten, wer meine Videos gesehen hat, beim Kerzegießen, dass dann halt unten oft so ein Loch entsteht. Das möchte ich gerne auch nochmal ein bisschen anders machen. Da werde ich wahrscheinlich dann immer nachgießen müssen, weil die Löcher, das ist normal, dass sich das Ganze zusammenzieht. Aber ein bisschen frustrierend ist es halt manchmal schon. Und ich glaube, das verstehen viele, wenn man dann irgendwie denkt, warum ist da schon wieder dieses Loch drinne? Und ja. Ja, ich habe leider dusseligerweise, wie ich war, habe ich leider meine Form zu weit weg hingestellt. Ich hoffe, man sieht es trotzdem so ein bisschen, was ich gemacht habe. Und dementsprechend habe ich es jetzt nach vorne geholt. Und auch hier habe ich versucht, das Ganze zu verblenden. Ich habe es mit drei Farben diesmal gemacht. Mit dem grünen, mit dem orange und mit dem gelb. Und bin so ein bisschen in diese Kanten nicht in die Ränder reingegangen, weil natürlich, das ist alles sehr eng. Und diese Enge hat halt so ein bisschen manchmal das Tückische, dass man dann halt nicht sieht, dass das komplett bis nach unten auch laufen muss, was es aber eben manchmal nicht macht. Und da kann ich aber schon vorwegnehmen, das war tatsache ausnahmsweise nicht das Problem. Genau. Und dann habe ich hier noch meine Ramsahand. Und auch hier werde ich dann tatsache schon unruhig. Für mich einfach sehr schade, weil wer mich auch da ein bisschen kennt, ich habe seit ein paar Jahren für mich die Form Ramsahand entdeckt. Nicht, weil ich irgendwie in die Richtung gläubig bin. Ich bin da nicht so in die Richtung. Aber ich mag die Form sehr gerne. Und ich habe sie in jeglicher Art und Weise. Ich habe sie als Ohrring, also in meinem Piercing drin. Ich habe es als Kette, ich habe es als Armband. Ich habe so ein, das ist jetzt keine Werbung, wie gesagt, ich kriege kein Geld für. Ich habe ein Pandora-Armband, wo es eine Form gibt, wo es das Auge gibt, die Ramsahand und irgendwas war es noch. Ich weiß es leider jetzt nicht mehr. Und für mich war es aber tatsächlich die Ramsahand. Ich mag die Ramsahand als Form einfach sehr, sehr gerne. Und deswegen bin ich, glaube ich, richtig traurig, dass diese Form einfach nicht so richtig geworden ist. Und ja, ich zeige euch auf jeden Fall gleich die Ergebnisse und hoffe, sie gefallen euch. Schreibt es mir gerne rein. Ich mag sie. Aber wie gesagt, da ist ja jeder anders. Ich habe euch auch beim Informen mitgenommen. Und hier seht ihr dann schon, ich habe auch mit den Schwierigen angefangen, hier es bröselt. Es ist einfach so schade. Aber ich wollte es eben trotzdem noch normal rausholen und ein Stück weit, glaube ich, könnt ihr dann auch sehen, dass das eigentlich echt schön geworden wäre. Leider. Beim nächsten Mal wird es. Es sind übrigens auch nicht alle Stellen, die dann so matschig geworden sind. Ich habe mir auch extra was runtergelegt. Und habe es dann übrigens auch gleich zur Seite geräumt, damit es nicht überall noch hinbröselt. So, ich habe jetzt tatsächlich gerade festgestellt, dass ich euch das zweite gar nicht mitgefilmt habe. Irgendwie muss ich auf den Knopf gekommen sein. Aber hier seht ihr auf jeden Fall die Ergebnisse. Ich finde sie so, so, so schön. Und die fassen sich so unglaublich schön an. Also, dementsprechend probiert das gerne mal aus. Ich mag es wirklich sehr. Ich hänge euch hier noch die Fotos und ein Kurzvideo mit dran. Und ja, ansonsten, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Sonntag jetzt noch. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Und wünsche euch einfach eine schöne nächste Woche. Und bis ganz bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020